Die 5-Jährigen sind unterwegs, Don Carlo gehört dazu, der sich hier um den Einzug ins Finale bewirbt. Trakina von Starway, Mutter von Oga, Angelika Beer entstelle es. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Don Carlo, der Trakina von Starway mit Fleur Schnee, 3 Minuten 4 Sekunden sind sie unterwegs gewesen auf der Strecke, also in der Zeit geblieben, keine Abzüge, Grund- und Endresultat 7,0